Digital und Binnen differenziert – das Potenzial digital gestufter Lernhilfen für den Biologieunterricht Herzlich willkommen zum Basismodul Theoretische Grundlagen. Für dieses Modul können Sie ungefähr 20 Minuten Zeit einplanen. Das Modul besteht aus drei Videos sowie einer Sammlung hilfreicher Literaturempfehlungen und Linktipps. Frau Prof. Neumann wird Sie durch die Lektion führen und die Grundzüge gestufter Lernhilfen näher bringen. Was erwartet Sie in diesem Video? Im Video zum Konzept gestufter Lernhilfen soll es um die Frage gehen, wie gestufte Lernhilfen aufgebaut sind und welche Nutzungshinweise für gestufte Lernhilfen vorliegen. In der zweiten Hälfte dieses Videos widmen wir uns der Frage, welche Ziele mit dem Einsatz von gestuften Lernhilfen verbunden sind. Zuerst beschäftigen wir uns mit dem Aufbau gestufter Lernhilfen. Eine komplexe Aufgabe sollte herausfordernd gestaltet sein, aber von leistungsstärkeren Schülern und Schülerinnen ohne Hilfen lösbar sein. Jede Aufgabe kann in Teilaufgaben untergliedert werden, zu denen ein oder mehrere gestufte Lernhilfen mit Lösungsschritten zugeordnet werden. Das Konzept wurde zunächst von Josef Leisen für den naturwissenschaftlichen Unterricht konzipiert. Das Konzept der gestuften Lernhilfe besteht dabei aus einer Aufgabe bzw. Teilaufgabe sowie einem Hinweis. Dieser Hinweis kann inhaltlich oder strategisch sein. Handlungsaufforderungen können in Form von Strategien des Problemlösens und des Lernens eingebaut werden. Beispiele für solche Strategien wären Aufforderungen wie Paraphrasieren Sie, Elaborieren Sie oder die Aktivierung von Vorwissen. Das dritte Element der gestuften Lernhilfe ist dann die Teillösung der Aufgabe, die je nach Leistungsniveau der SchülerInnen eingesetzt werden kann. Jetzt kommen wir zu den Nutzungshinweisen der gestuften Lernhilfen. Da Sie sowohl leistungsstärkere als auch leistungsschwächere SchülerInnen ansprechen sollen, gibt es unterschiedliche Nutzungsweisen. Für leistungsstärkere SchülerInnen gilt, dass Sie eine komplexe Aufgabe ohne Hinweise bewältigen sollten. Hier ist die Lösung am Ende zum Abgleich Ihrer eigenen Überlegungen und Lösungen da. Leistungsschwächere SchülerInnen können dagegen die inhaltlichen oder lernstrategischen Hinweise nutzen, um die komplexe Aufgabe mit Hilfestellungen zu lösen. Auch hier können die SchülerInnen die Lösung am Ende nutzen, um ihre Überlegungen und Lösungen mit der Musterlösung abzugleichen. Das Ziel beim Einsatz der gestuften Lernhilfen besteht darin, ein Unterstützungsformat zur Vermittlung zwischen instruktionaler Anleitung und selbstständigem Nachdenken beim Lösen komplexer Aufgaben vor allem in den Naturwissenschaften anzubieten. Dabei soll das vollständige Durchlaufen von Problemlöseprozessen gefördert werden, ohne dabei die kognitive Belastung zu erhöhen. Im naturwissenschaftlichen Unterricht kann der Nutzen der gestuften Hilfen besonders im Bereich der Erkenntnisgewinnung, beispielsweise beim Experimentieren, verdeutlicht werden. Durch gestufte Lernhilfen kann das eigenständige Bearbeiten von Aufgaben beibehalten werden, auch dann, wenn die Aufgaben komplexer werden. Sie eignen sich daher als gutes Instrument zur Binnendifferenzierung. Was haben wir in diesem Video gelernt? Wir haben über den Aufbau der gestuften Lernhilfe gesprochen. Sie besteht aus einer Aufgabe oder Teilaufgabe, einem Hinweis und einer Lösung, beziehungsweise Teillösung. Leistungsschwächere SchülerInnen können den Hinweis nutzen. Leistungsstärkere SchülerInnen können direkt mit der Teillösung abgleichen. Ein Vorteil dieser Strukturierung ist, dass dadurch der authentische Charakter des Experimentierens erhalten bleibt. Denken Sie nun über die folgende Reflexionsaufgabe nach und teilen Sie Ihre Eindrücke im Forum. Damit kommen wir zum Ende dieses Videos zum Konzept der gestuften Lernhilfen und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank.